Herzlich Willkommen bei RAM Unbox. Heute für euch dabei das vierte Studio Album von Emi Crate, also vom Richard. Das gute Stück ist am 12. November 2021 erschienen und mit euch gemeinsam möchte ich das gute Stück einmal anschauen, was sich hier drin verbirgt. Ja, wie gesagt, Emi Crate, dann haben wir hier Albumnamen, The Paris Tense of Memory. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dann im Hintergrund die Erde und dann in Feuer, sondern wahrscheinlich ein Komet darstellen, Richards Gesicht, sonst dunkel gehalten und ja, Weltraum ist sonst im Hintergrund. Von der Seite haben wir folgendes Bild, wenn die Kamera schön scharf schaltet, ja, so kann man es denke ich gut erkennen. Die Rückseite verrät uns, dass wir insgesamt neun Titel haben, ist für ein Album relativ wenig, neun Titel. Dann haben wir im Hintergrund, ja, ein Gebäude und Richard im Sarg liegend. Ne, und dann so eine Ruine im Hintergrund, kleingedrucktes. Dann haben wir hier nochmal so von der Seite. Und wenn wir das erste Mal aufklappen, haben wir folgendes Bild. Ganze auch Zerstörung, haben wir hier wie so ein Raumschiff oder was auch immer, oder so ein Stein mit dem Logo drauf. Hier haben wir die Ruine nochmal, machen wir weiter auf. Kommt einmal die CD entgegen, die die Erde abbildet, hier oben wird es hell, da kommt die Sonne hin, der Rest dunkel. Dahinter verbirgt sich Space, Weltraum. Und dann haben wir hier nochmal so eine Station abgebildet. Jawohl, ist kein zusammenhängendes Bild, hinter jeder Seite verbirgt sich ein eigenes Bild. Wenn man hier drauf drückt, öffnet sich eine Lasche und da drin ist das Buchlet drin versteckt, mit dem Emicrate Logo. So, dann haben wir hier auch dann die Songtexte drin. Geht's hier schon weiter. Das sind dicke Seiten, glänzendes Papier. Aber auf jeden Fall von der Aufmachung her sehr schön gestaltet. Also hier spielt auf jeden Fall der Weltraum eine sehr große Rolle. Also Galaxien, Sterne, weiter und so fort. Dann haben wir hier nochmal einen Songtext und klein gedruckt. Das ist also Information, Credits und letzte Seite. Dann hier auch nochmal die Songtexte drauf. Jawohl. Komm mal wieder hier rein. Und dann klappt mal wieder schön zusammen. Ja, soviel zum vierten Studioalbum von Richard. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.